Hallo zusammen! Heute geht es weiter mit dem Thema gesunde Lebensweise. Man sagt, dass Vegetarier gesunde leben. Stimmt das? Ich bin der Ansicht, dass Vegetarier wirklich gesunde leben. Es gibt viele wissenschaftliche Untersuchungen, die beweisen, dass die vegetarische Ernährung positiv die Gesundheit und das Wohlbefinden eines Menschen bewirkt. Man sollte nicht außer Acht lassen, dass Vegetarier auch selten rauchen, keinen Alkohol trinken und mehr Sport treiben. Ihr Ernährungsstil ist also gleichzeitig sehr oft in einen grundsätzlich gesünderen Lifestyle eingebettet. All das bewirkt sich natürlich positiv auf Herz, Blutdruck, Cholesterin und vieles andere aus. Vegetarier sind im Schnitt schlanker, haben einen niedrigeren Blutdruck, niedrigere Blutfettwerte und auch ein geringeres Risiko für Diabetes. Hier den Text über die vegetarische Ernährung. Kapitel 3a Übung 5i In einem Forschungszentrum befragte man 2000 Personen aus allen Altersgruppen mit überwiegend vegetarischen Essgewohnheiten. 3% von ihnen aßen keine tierischen Produkte. 58% aßen weder Fleisch noch Fisch. Dafür aber Milchprodukte und Eier. Und 39% aßen nur selten Fleisch oder Fisch. Die Statistiken zeigen, vegetarische Ernährung hat einen deutlich positiven Einfluss auf das Lebensalter. Vegetarier leben aber nicht nur länger, sondern sie bleiben auch dabei gesünder. Sie rauchen in der Regel nicht, sie essen viel Obst und Gemüse. Sie sind aktiv, sie bewegen sich mehr und ihr Körpergewicht ist niedriger. Stopp das Video, lässt den Text durch und schreibt alle Vorteile der vegetarischen Ernährung heraus. Die Vegetarier leben länger und bleiben gesünder. Sie rauchen seltener. Sie sind aktiv und bewegen sich viel. Sie haben kein Übergewicht und sie sind schlanker. Wisst ihr, was bedeutet der Begriff Bio- und Ökoprodukte? Ich vermute, dass Bio-Produkte eine gute Qualität haben. Sie schädigen die Gesundheit nicht, weil sie keine zusätzlichen Elemente enthalten. Die Produkte sind auch umweltschonend. Lässt und vergleicht eure Antworten mit dieser Information. Haltet das Video an und beantwortet die Fragen. Esst ihr nur Bio-Produkte? Möchtet ihr mehr Bio-Produkte essen? Kauft ihr nur Bio-Produkte? Wo kauft ihr Bio-Produkte? Sind Bio-Produkte teuer? Sind Bio-Produkte gesund? Je älter ich werde, desto mehr Wert lege ich auf meine Ernährung. Ich pflege gesund zu essen. Und natürlich achte ich auf die Zutaten der Lebensmittel beim Einkaufen. Aber ich kann sagen, dass ich nicht nur Bio-Produkte esse und kaufe. Die sind teurer, aber sie sind gesünder und der besten Qualität. Heute ist die Bio-Richtung sehr populär und diese Produkte können überall gekauft werden. Fast in jedem Supermarkt gibt es Abteilungen mit Bio-Produkten. In den Großstädten sind Öko-Läden beliebt, wo man die Lebensmittel ohne zusätzliche Elemente kaufen kann. Wenn es um Obst und Gemüse, Fisch und Fleisch oder Milchprodukte geht, gibt es eine große Auswahl auf den Märkten. Ich möchte mehr Bio-Produkte kaufen, aber ich kann mir das leider nicht leisten. Ökologische Produkte sind teuer. Natürlich möchte ich Bio-Produkte kaufen, zum Beispiel Bio-Hamburger. Sie sind gesünder, schmecken lecker und machen satt. Aber sie sind nicht in allen Geschäften und außerdem kosten sie sehr viel. Unsere Familie ernährt sich gesund und wir kaufen auch Bio-Produkte. Ich esse morgens Müsli und viele Äpfel aus dem Bio-Garten. Meine Mutter kocht sehr viel Gemüse und mein Vater kocht immer Brot im Bio-Laden oder auf dem Markt. Es ist wichtig, darauf zu achten, was man isst. Die Lebensmittel wie Brot, Nudeln, Obst sollten Bier sein und nicht viel kosten, weil man sie oft isst. Stoppt das Video, lässt die Antworten durch und macht Kommentare zu jeder Aussage. Womit seid ihr einverstanden? Was haltet ihr für richtig? Ich bin mit Bert einverstanden. Die Bio-Produkte sind teuer und nicht alle können sich leisten, diese Lebensmittel zu kaufen. Aber das kann man erklären. Sie sind gesünder und die Qualität ist besser. Sönner hat auch recht. Bio-Trend entwickelt sich noch und nicht alle Leute wissen darüber, deshalb gibt es nicht in allen Geschäften diese Lebensmittel. Ich stimme Alexandra zu. Es ist wichtig, darauf zu achten, was man isst. Wenn man keine Möglichkeit hat, Bio-Produkte oft zu kaufen, kann man sie in einem Garten züchten, besonders Obst und Gemüse. Ich teile den Wunsch von Ulrich. Ich möchte auch Bio-Produkte billiger kaufen. Erzählt über eure gesunde Ernährung nach dem Plan. Esst ihr viel, aber nur zu drei Mahlzeiten oder esst ihr öfter, aber weniger? Esst ihr viel, aber nur zu drei Mahlzeiten oder esst ihr öfter, aber weniger? Ich denke über meine Ernährung viel nach. Vor einigen Jahren habe ich verstanden, dass die Qualität meines Lebens und meines Körpers von der Ernährung abhielt. Beim Einkaufen lese ich die Zutaten der Lebensmittel, die ich kaufe, deshalb nimmt mir das Einkaufen viel Zeit in Anspruch. Für mich ist es wichtig, die Produkte der besten Qualität zu kaufen. Je weniger Zutaten das Produkt enthält, desto gesünder ist es. Ich bin Normalesser. Ich esse alles, was der Körper für das Leben braucht. Ich ernähre mich ausgewogen und natürlich habe ich bestimmte Essgewohnheiten. Ich esse dreimal pro Tag. Am wichtigsten ist das Frühstück. Ich muss zum Frühstück essen, weil der Körper am Morgen mehr Kräfte braucht. Von dem Frühstück hängt der ganze Tag ab. Jeden Tag rechne ich Kalorien und meine Mahlzeiten bestehen immer aus Eiweiß, Fetten und Zuckerstoff. Am Abend esse ich nicht später als um 20 Uhr. So endlich wieder Zeit, grammatik zu üben. Stopp das Video, läßt und merkt euch die Endungen der Adjektive, wenn sie ohne Artikel stehen. Bestimmt den Kast. Prочitайте, обратите внимание на окончание прилагательных, когда они стоят без Artikel. Определите поддержку. Prima gemacht. Prüfen wir. Da liegt frisches Brot. Окончанию прилагательного ES – это именительный падеж. Ich mag frisches Brot. Окончанию прилагательного ES – это именительный падеж. Ich esse Fleisch mit frischem Brot gern. Окончанию прилагательного EM – это дательный падеж. Ich genieße den Geruch frischem Brot. Окончанию прилагательного EN – это водительный падеж. Ich mag frischem Brot. Ich genieße den Geruch frischem Brot. Окончанию прилагательного EN – это родительный падеж. Das ist süße limonade. Окончанию прилагательного E – это именительный падеж. Ich mag süße limonade. Ich genieße den Geruchem Brot. Ich mag frischem Brot. Ich mag frischem Brot. Окончанию прилагательного ER – это родительный падеж. Stoppt das Video und erstellt in euren Heften Tabellen die Tive und tragt die Beispiele aus der Übung 1 in eure Tabellen ein. Prüfen wir Masculinen Nominativ starker Kaffee Genitiv starken Kaffees Dativ starkem Kaffee Akkusativ starken Kaffee Neutrum Nominativ frisches Brot Genitiv frischen Brotes Dativ frischem Brot Akkusativ frisches Brot Femininum Nominativ süße Limonade Genitiv süße Limonade Dativ süße Limonade Akkusativ süße Limonade Plural Nominativ saure Gurken Genitiv saure Gurken Dativ sauren Gurken Akkusativ saure Gurken Für heute machen wir Schluss. Mehr dazu in der nächsten Stunde. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017